Icheeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihoooo Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Unund Forz Multiplayer Gameplay Wir sind hier im 4 gegen 4 unterwegs Unter anderem gegen unseren Mod Zauberkücher Ja, das ist ne Menge Action Aber das Sonntag ist, quatschen wir nicht lange Lass einfach ein Abo da, wenn es euch gefällt Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir rein bei meine Freunde Oh jetzt sind wir der 2. Okay Schon mal besser Ein bisschen Jetzt können wir warten bis der stirbt und dann müssen wir erst schwitzen So, jetzt machen wir erstmal hier über Hintergrundholz hin, weil ich keinen Bock habe, dass das Ganze wieder gleich absackt. So, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir hier tun? Also das Ding ist ja, wenn man unten hergeht, können die Mates nicht richtig helfen mit Anti-Air. So, aber jetzt haben wir halt ihn hier, der noch da unten lebt. Das heißt, wir können uns nur auf die konzentrieren. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir versuchen, die hier abzusägen. Mit, ja jetzt natürlich wieder die Pal-Jack gebaut, aber ich hätte normalerweise Laser gebaut und dann noch eine Basso hinterher. Ist jetzt nichts geworden, das ist dann manchmal so. Oh, ist halt schlecht. Ne. Kriegen wir aber auch noch irgendwie gewandt. Hoffentlich. Okay, dann können wir die schon wieder abbrauchen, weil die ist dann nichts. Ah, da brauchen wir tatsächlich Ressourcen auf der Karte. Jetzt hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da nochmal zu tun. Na komm. Und dann müssen wir die Waffen auch da oben hinbauen. Auf jeden Fall. Das ist doch schon mal statisch Quatsch hier. Machen wir schon mal weg. Da unten haben wir noch eine Menge Ressourcen zum Sparen. So. Hier machen wir so einen Quatsch. Aber auch das Hintergrund. Zack. 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 Perfekt. Perfekt. Und so. Das machen die Gegner? Nichts los, nix los, nix los, nix los. Okay. Ist überall noch nicht los. Der ist noch easy game. So. Sparen für Plasma. Der ist noch relativ zeitig fertig. Okay, da kommt ne Bastion. Gar nicht geil. Feier ich nicht. Aber er geht nicht auf uns. Also egal. Da haben wir noch ne Menge Stahl, das wir langfristig umbenutzen können. Das machen wir jetzt auch mal. Da muss ich mal die Türen rum einziehen. Okay, da kommen Upgrades. Ist es er hier? Oder was macht der da? Wir brauchen schon mal ein... Wir brauchen schon mal ein Snippern. Kann was der da machen. Gefällt mir aber nicht das Geräusch. Ich kann auch noch hin. Nur was vom Kern. Bisschen Laser Projection noch. Falls einer noch die gleiche Idee kommt, die in mir. Oh nein. Da kann ich ja nicht mehr nicht hin. Okay, im Langfristig brauchen wir da noch die andere Trick. Das machen wir jetzt einfach. Zack. Zack, 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 zack. Tank, Lasersafe. Die 1. Die 2. Die 2. Die 3. Soll da oben werden jetzt Waffen sein, nehme ich jetzt mal an. Ich würde sagen, sollen wir dem erst die Waffen mitnehmen und den Absägen versuchen. Das wird sich mal... Ne, ohne Wasser... Ne, ich glaube, ohne Wasser brauchen wir nicht versuchen, die Waffen wegzunehmen. Ne, brauchen wir nicht versuchen, die Waffen wegzunehmen. Und wir treffen nicht. Neiiiin. So schlecht geaimt. Schon der ganze Core Damage. So schlecht geaimt, ne. Ja, jetzt zahlt er halt hier... Jetzt zahlt er die Alarmglocken an. Das ist natürlich Unfortunate. So, da kommt die Buzzsaw rein, würde ich sagen. Müsste eigentlich da reinpassen, wenn ich mir jetzt nicht komplett irre. So, jetzt haben wir jetzt nicht genug Strom. Ui. Das hat weh. Jetzt können wir doch oben durchs Hintergrundholz schießen, oder? Wenn das also rumwippt. Ja. So, jetzt die Büsse. Wartok ist echt ansofaltig, ne? Aha, da bin wir wohl, der ist klar. Ist er den Gander da holen? Was hast du denn ver meter vor? Wämma, wat geht das denn da, Freundchen? Guck mal, jetzt können wir die mit einem, nein können wir nicht, warum ist da kaum was passiert, oder wann das wohl der Türen war, ey der nervt mich doch um mit seinem Sniper ganz schön, ne. Guck mal, wenn die ran ist. Okay. Das ist ein bisschen Tamiens, oh Gott, ein bisschen Tamiensläufer. Ach komm ey, Alter, jetzt ist die aktive an, okay, ja, ja komm, nein der Winkel ist gar nicht da, wieso ist denn der jetzt nicht abgerissen ey, ich wäre abgerissen, unser 1 wäre abgerissen, wisst ihr. Ich glaube den, das können wir wegnehmen, wenn wir das da weghacken sollen, ne. Ah, das ist eine Mine, aber das ist nicht das Problem. Okay, Mine ist weg, übernehmen wir auf die 1, wenn man schneller drauf, wenn der keine Tür hat. So eine Anti-Mode-Tür. Oh. 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 Oh man, ich habe ein bisschen verklickt jetzt hier. Der müsste weg sein. Was brennt denn da? Der mit seiner MP da, ne. Oh, der Feuer, der saß auch. Was? Ne, komm. Ja, geht so. Wir brauchen aber einen neuen Feuerwehr, ne. Selber. Den brauchen wir auch neu. Ja, ist verzogen. Das ist gar nicht gut jetzt. Aber egal. Der hat da fast was geschafft. Wie hat der denn die Säcke weggemacht? Oder hat der da einfach zwischen gesnipert? Ja. Ja. Ach komm. Das ist halt jetzt da komplett scheiße. Was machen wir denn? Was sagen wir? Wir lassen einfach einen zweiten Plasma bauen, ey. Machen wir glaube ich auch. Aber dafür müssen wir erstmal hier oben zu machen. Das ist ja dann nicht mit seiner flogen Cannon reinballing. Wir versuchen es halt immer noch, ey. Wenn wir, brauchen wir mehr Wind. Wir müssen mehr speichern. Ja. Kann jetzt gesnipert werden. So einfach. Und noch weiter oben. So. Wow. Mann. Der war so hartnäckig, ne. Muss ich sagen. Okay. Die Mine ist weg. Das ist natürlich tot. Brauchen wir, brauchen wir am besten ganz schnell eine neue. Boah Digga. Was holst du denn da weg, ey? Meine Güte. Ich war fast tot hier, mein Kollege. Was ist denn jetzt noch was hinterher? Oder nicht? Na, ist es noch. Die Sniper-Winkel sind wirklich aus WP, ey. Die Sniper-Winkel sind wirklich aus WP. Das ist nicht. Nee, komm. Bitte. Nee. Ach. Sowas dores. Der ist tatsächlich nicht so schlimm. So wenig Stahl haben. Warum? Das ist ja unverhältnismäßig. 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 Okay. Hey, komm. Da geht doch einiges ab, ne? Muss ich ja sagen. Ein bisschen was kommt da von den Gegnern. Ich muss doch mal irgendeiner hier was schießen, ey. Naja. Da war jetzt so teuer, ey. Ja, jetzt hat er teuer, ey. Ich muss mir noch kurz überlegen, was wir machen. Hey, was ist denn das? Mamukil, Sunkel, Servus. Grüß dich. So. Ich habe einfach so wenig Ressourcen, ne? Ich komme einfach vor wie nichts. Ich brauche ein Abkürzchen vielleicht. Das ist einfach zu wenig. Ich kann hier einfach kein Sniper sitzen. Gehe ich den einfach nicht durch. Ja. Das Team macht noch was. Also macht viel. Ist gut. Ist gut. Ist nicht immer gegeben, deswegen ist es gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Es gibt es gar nicht. Hey, das ist die Tür ist doch auf, aha, zwei Hits kommen, nein, das gibt es nicht, das gibt es nicht, zwei Hits man, oh der muss doch weg sein, ist doch gar nicht, das ist ja jetzt wirklich hier am Schwitzen, ne, komm schieß den Parallel, was ist denn los, Trotz hier nicht mehr Trotz hier nicht mehr Nein, weil ich war eben so sinnlos Ja, ich finde es gut Ich glaube, wenn wir hier reinhalten, das hat so viel Überhang, das kann man gar nicht halten. Da halten wir gar nicht mal zwei Plasma rein, das kann nicht halten, niemals. Wenn das hält, dann ist das der nächste Anfechtsupport. Ja, 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 jetzt pass auf, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wer war das? Gerion hat sich verabschiedet in. Okay, wir haben zur Rückgang. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr chillen. Jetzt auch nicht komplett, aber ist bisschen ruhig jetzt. Okay. 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 Wir brauchen jetzt hier den Shotlock da oben. Okay. 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 Jetzt haben wir die aktiven. oder? Okay. Wir nehmen Maybe ventilate vor und wir ziehen. Was denn jetzt passiert ist die Ne Seriously? Let me go. Och nee, ernsthaft? Das ist ja, dass hier jetzt die Dirty Place ist. Das ist Dirty. Ohohohoho, was ist denn da unten ab, ey? Eih, Mann, Mann. Das ist jetzt wirklich ein Battle hier. Das hält, das gibt es doch nicht. Alles klar. Hier, wenn ich einsaple, dann muss ich das losgehen. Cool. Dann haben wir jetzt hier rüber. Boah ey, das geht durch wie Butter, ne? Die Warthog Laser. Meine Güte, ey. Okay, okay, okay. Konzentrieren. Ziele suchen. Oder wir müssen den da oben irgendwie absägen. Nein, 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 nein. Diese Tür müssen halt unbedingt weg. Okay. Das muss da weg. Und das geht so. Ja, sehr gut. Sehr wichtig halt. Jetzt ist das da unten offen. So, jetzt hier so rein. Mit der Aktiven. Ja, so ganz. Ja, auch nicht. Mein Gott, nervt der. Oh no. Oh no. Das ist halt... Das ist halt wie ein Übel zu durch Schwitze, ne? Das tut mir leid. Das kann man wirklich anders sagen. Das ist der erste Sniper da raus, damit mein Bastos weiter überleben. Oh, das war... Das hat sich kritisch angehört, Digga. Oh, halt mal mal rein. Geh doch auf. Oh, yeah. Das war doch mal... Das war... Wie kann man sowas gegen meinen Sniper haben, ey? Gar nichts gemacht. Oh, 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 oh. Hier, der ist jetzt chillt. Da müssen wir was gegen machen. Ich will da müssen was machen. Wenn die bleiben, dann ist die Wind Condition im Arsch. Ey, der muss weiterhin Angst leben. Ja! Die MP, wohin damit? Ich glaub, die Biss können wir eh ersetzen. Gegen Ende ist mir nicht richtig. Oh, das Ding ist so böse. Wo ist denn so böse? Ist das so böse? Auch die MP hat immer noch was. Ey, gibt's doch gar nicht. Ja, keine Ahnung. Wir müssen halt die Schilder ausmachen. Dann kriegen wir den raus. Oder den da oben. Der hätte ja gar nichts von gern. Nein, weil... Ich hoffe nicht. Ich bete einfach, dass die die nicht raus Snipern. Da willst du nicht irgendwie den Planen oder so wirklich. Neu. Komm, 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 komm. Das gibt's doch nicht. Jetzt covert er den da, ey. Dach doch nicht wahr sein. Wie viel Stahl hat der eine, der war auf der anderen. Alle nicht wundern, Luca läuft immer so rum. Natürlich. Ich bin auch immer am Schwitzen wie jetzt. Oh, die Duke ist wild. Oh, ja. Komm. Eins. Komm, wir gehen jetzt noch eine aktive. Nein, ich hab keinen Strom. Lad auf, lad auf. Ja, komm. Das muss es doch sein. Das muss es sein. Ja. Oh. Um Gottes Willen wäre das. Zauberkücher. Ey. Kann man so verhalten. Holy shit. Ich weiß nicht, wie war Woodstock damals. Ich bin nicht bei Woodstock gewesen. Ich bin Bob Rossmann. Mann. Muss minimale H im sinners. Da Alejandro اور! Ich glaub das waren ein bisschen besser. Mach's weg neue. All im cannons. Meения. Ich bin bloß. Er ist so ein bisschen gefährdet. Dann war es das nicht. Wir nehmen mal die Minen, dann kann das nicht mehr so schwer. So. Oh, dachte das hat weh. Kann er mir aber erzählen, was das will. Kriegen wir den denn dann? Oh, das. Das ist ein bisschen langfristig gemacht. Ja. Jetzt muss man natürlich von mir gucken, was wir da machen. Das muss die Basis abführen. Hm. Jetzt ist es direkt ruhig geworden. Einfach. Ja. Wo ist das der beste Sound? Ist die Ruhe in Personen? Ja, hallo? Also Ragen mache ich ja nicht so was. Boah, vielleicht ist die Basis hier bei mir. Wollte sagen, ich muss doch immer am Anfang zurückgehen. Bei mir. Oh nein. Ich bin jetzt dran und wenn wir dann... Ja, aber jetzt ist es... Jetzt ist es... Jetzt ist es gone. Oh nein. Hey, haben die aber ein bisschen weggehaxelt hier die Dinger, ne? Boah, warst du doch into GG, oder was? Das tut natürlich auch, ey. Jetzt hol ihn doch! Hol ihn! Junge, da kann man wieder nix von den Gegnern. So ein easy win, ne? Thanks for warm up. Oh, man, ey. Ah, ich hatte noch eine Kette, denn ich hatte die Kette.